Ich will meine 32 Töten zurück, wobei Outback ist eine gute Entschädigung und damit hollanderseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Outbackbackback. Passt auch irgendwie überhaupt gar nicht. Nock als Tiefseetaucherin, als Jägerkorps in der Wüste. Versichst du die Maske da drunter? Ist jetzt wahrscheinlich noch so ein Neopren-Ding über dem Kopf und darüber das Fischernetz. Bei Grell-Grün? Sind Algen dazwischen gekommen? Keine Ahnung. In dem Gitter, damit man nicht durchgucken kann. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Irgendwo rumst schon was, aber weit weg von mir. Was? Ne, es klang sehr weit weg. Ja, na ja, relativ. So mittig. Es war wirklich neben mir. Ich bin extra hochgefahren, weil es so weit weg klang. Da ist er. Und Kapkan. Kapkan hat meine Mine, glaube ich. Meine Mine, meine Drohne zur Chassis. Oh, das war... Mozi, das kann auch gut sein. Der hat nämlich am ehesten zu mir geguckt. Aber ich bin extra hochgefahren, weil das Kontaktgranaten-Geräusch so weit weg klang. Ich hab's aus deiner Richtung kommen. Hm. Und du sagst, es ist weit weg. Ja. Mach's ja auch. ...gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Ah, raus rein in der Garage. Oh, schade. Wollt grad schießen, da waren noch ein paar Leute vor. Ja, Meryl geht schon fast gut. Ich lade mal ein neues Magazin! Meryl geht weiter vor. Ich lade noch! War das Virtual? Keine Ahnung. Kann sein, ja. Da fehlt schon ein Rad. Ne, da ist es noch. Hm. Wir wissen nicht, ob die Grabsche haben. Ich geh mal mit IQ mit. Am Ende stirbt die ja noch. Oh, das sind Fußabdrücke. Bestimmt von diesem Rausrenner. Ach, kommt schon Leute rein hier. Jetzt sterbe ich bestimmt. Ich markiere jemanden. Es ist... Vigil. Vigil hat markiert. Meryl, bekommst du's mit? Hm, ist bloß Metallmist. Toll, Vigil hat den umgebracht, als er markiert war. Tolle Wurst. Hm. Rennt er mir jetzt hinterher? Der rennt mir hinterher, der Arsch. Er ist zwischen die Beine geschossen. Der traut sich was. Aber er hat ja auch einen abgegriffen. IQ macht ganz schön viel auf mit ihrer Sprengnaderei. Gehen der Fußabdrücke hier in der Nähe. Jukebox aus. Oh. Ich gehe voraus. Nicht folgen. Ich sollte nicht folgen, sagst du. Ja, da kam ein Funken, aber kein Schussgehorch. Fußabdrücke, ich markiere ihn. Komm schon, Spiel. Achso, okay. Deswegen geht's nicht. Au, Treppe wieder hinter uns. Treppe wieder hinter uns. Kapkan, der letzte. Alter! Wie viel Frist denn der Nordrhein? Gegner eliminiert. Eigner Trupp erfolgreich. Wie viele gehen denn jetzt? Ich, 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 ich weiß nicht, Alter. Waschküche Spielzimmer. So hat er mich nicht gedudelt. Hat er jetzt am Ende noch ein oder zwei bekommen? In Summe. Wer? Der Kapkan. Gar keinen. Also, mich bloß. Du hast, ja, er hat dich gekriegt und dann habe ich mich ja umgedreht und auf ihn geschossen. Er hat mich bloß da unten geschossen. Hast du den Schärfer? Ja. Das habe ich noch gesehen, wie der runtergefallen ist. Vorbeidungsphase. Äh, da hinten, ach nö. Wollte eigentlich... Wollte eigentlich nicht die Wand aufsprengen. Ja, aber... Ja, die war nicht verstärkt. Wie weit die auseinander sind, die Bomben? Voll kacke. Ich werde bei der Küche hinten sein. Die Wand ist verstärkt! Das war lustig. Ich habe keine Pflanze umgebracht. Tankstelle ist kaputt gegangen. Schlade nach! Schlade nach! Schlade nach? Hat Alibi wieder gesagt. Hier, meine Seite kommt. Da ist eine Kampel. Videos haben sie. Hab aufgehalten. Toll. Ein Werkstattrenner von uns ist verletzt. Hier geht... Hast du das jetzt aufgeklopft? Ne. Genau bei dir da. Fused, fused. Freit weg. Lade in Eis-Magazin! Na, hilft doch. Minen hinten sind kaputt gegangen bei B. So habe ich den Fuse der Arsch. Ich gehe mal zum Spielzimmer. Kommt Treppe, glaube ich. Okay. Ah, er hat da reingefused. Oh, jetzt schießt er auf mich. Lass die Mine ganz, du Arsch. Mist, er hat die zerschossen. Ne, doch nicht. Nein, dauernden hockt er. Scheiße. Jekyll. Ah, das gibt es nicht. Ich habe es gesehen. Nach seinem Kopf. Ah, fuck, 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 fuck. Fused hat seine zweite Ladung zerstört, glaube ich. Weiß nicht. Weiß nicht, oder? Nur ein kleiner... Oh, Mine. Wie gesagt, er schläft Raum noch mal. Was macht denn Ella? Nein! Wieso habe ich den pausiert zu schießen? Ach, Mann. Aber wo ist Ella? Die ist ja noch bei der Garage. Ach, Kacke, ey. Warum habe ich denn da aufgehört zu schießen? Gegner mit Gu vergiftet. Zweimal. Die ist ja immer noch nah bei der Garage. Ah, so langsam kommt sie an. Entschärfer lokalisiert. Die Bombe... Den Entschärfer deaktivieren. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Schützen. Da liegt sie. Einer ist ja da hinten ganz früh gestorben von uns. So, Tankstelle wieder aufpassen. Nicht, dass Dings da wieder rausgeht. Der Vigil rennt erst da raus. Dann bleibt er da oben, als er markiert ist, und bringt da noch einen Typen von uns um. Und dann gehen wir weiter und er rennt uns hinterher. Das war echt dreist. Ich bin dann ihm hinterher, aber da war ich noch zu weit weg. Er hat nämlich Lärm gemacht beim Runterspringen. Ja, ich hab's gehört. Ihr müsst Drohne dröhnen, um eine Bombe aufzuspüren. Äh, Garage hört sich das an. Ich sag lieber nichts dazu. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ja, hm. Schreitschen, Gegner. Haben wir wieder Twitch? Ja. Die haben keine Emozie. Äh, meine Kamera ist kaputt. Nein, ist auch ein Auto. Nein, nein, ich auch. Oh, oh. Ja, dann kannst du rausfahren noch. Weiß noch nicht. Ne, hier war nix. Oh, oh, der jagt mich. Der rennt. Oh, da ist Kapkan. Hallo Kapkan. Okay, Kapkan hat mich. Aufwärtsschwiss Einsatz. Gelangst du der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Das war hinterher nicht raus. Der legt sich nicht. Ja, er schiebt sich immer vor. Ja. Feind draußen oben. Nein, warte, was ist denn bitte, alter. Wie witzig. Instant Headshot, alter. Klar doch. Der hat echt gesucht. Ja, er geht direkt rauf, Alter. Das kann ich mal vergessen. Das ist so ein Spaß, Mann. Der war doch hier draußen. Dann markiere ich den nochmal. Ja, was haben wir denn hier? Ist der zumindest mal beschäftigt. Hier ist bestimmt der nächste Gegner. Hallo? Jawohl. Kapkan. Boah, die Kamera. Er steht genau hinter der Kamera. Oh, das Team holt ohne uns auf. Naja. Wobei. Da, Gegner. Da, Besprung. Jetzt die Twitch-Dron einen extra Reiter hat für ihre Drohnen in den Kameras. Bei Echo auch so. Ist auch bei den... Mordzie. Ja. Und bei den Bösen-Augen. Valkyrie. Nur noch ein Gegner übrig. Jetzt schaffen die das. Gute Leute haben wir dann doch. Super. Eigener Druck hat Gegner eliminiert. Dann haben wir ja nochmal einen Schuss. Was macht er denn? Aber das hätte ich da instant wegkriegt, Alter. Weißt du? Yes. Party-Raum-Büro. Äh. Na, wobei. Hm. Die sollen mal Blinkgranaten und so mitnehmen, ey. Oder mit Glass ankommen. Es gibt's da immer wieder Momente, wo man sich sagt, ach Mist, jetzt wurde ich geblendet. Hätte ich doch bloß was dagegen mitgehabt. Aber es passiert dann doch irgendwie so selten. Und die ganze Zeit den Warden spielen. Weiß nicht. Wenn denn... Der rennt so schwul. Wenn denn so eine Hatschung passiert, nix. Ja. Kann man genauso mit Jäger sagen. Wobei Jäger hat viele Gegner. Ja, Jäger. Ja. Wobei es gibt auch viele Blinkgranaten. Naja. Ja, aber die hat schon mal eine Mütter. Oder nutzt die. Mitro wurde eingesetzt. Es bleiben 10 Sekunden. Errichte eine Barrikade. Es bleiben 5 Sekunden. Okay, wenn das macht den gleich. Haltet Ausschau nach Gegnern, die eure Bomben entschaffen wollen. Nock haben sie. Und Jackal. Den ersten hab ich überhaupt gar nicht gesehen, aber markieren können. Na, dann bereit. Bei mir im gelben Ping ist jemand. Kamera bei mir beim Bullen. Okay. Okay. Kamera. 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 Kamera habe ich. Hm. Hinten. Gut. Garagenfenster oben. Cool. Gelber Pink kommt jemand an, bei der A-Bombe, direkt vor der A-Bombe. Da war Virtual, jetzt ist es jemand. Ash ist da auch. Grüß hab ich. Okay. Letzter verbleibender Gegner. Lade nach! Alle Türen bis vor der A-Bombe verrammelt mit Minen. Okay. 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 Etwas zu ruhig, sagt er. Bei mir hat er okay gesagt. Bei mir links. Bei dir links, okay. Nein! Oh! Rente mir genau in die Mine. Friendly Fire. Also alle Eingänge jetzt mit Minen belegt. 30 Sekunden noch. Ich kann sagen, wo es ankommt. 15? 15 Sekunden. 10 Sekunden noch. Bei dir, Herr. Vor dir ist auch eine Mine vor deiner Tür. 5 Sekunden. Mitchell hat gefordert. Die Gegner eliminiert. Bei der Garage unten. Bei der Garage unten war ja noch weit weg IQ und was, oder? Und dann? Ich glaube, die Schuhe hat es verraten. Die haben es verraten. Worum es bei Lesion mit den Goomingen geht, ist nicht zwingen, Gegner zu töten. Dafür machen die einfach viel zu wenig Schaden. Sondern eher Wege abschneiden oder Gegner lenken. Oder eben sehen können, von wo ein Gegner kommt. Das versuche ich mit den Minen immer umzusetzen. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.